So, wir sind wieder hier. Alles sitzt richtig. Und... So was haben wir denn? Wir kamen hier nicht weiter. Oh, neben dem Speck. Hm, vielleicht an den Rad. Also... Von Jens O. Ah, wir müssen länger drehen. Ähm... Ich weiß nicht, ob ich noch auf Live Mutts danach ausprobiere. Da bin ich mir jetzt nicht ganz genau sicher. Eigentlich wollte ich auf Live 2 überhaupt nicht machen, aber... Ich weiß nicht. Okay, das Wasser steigt. Jetzt bringt mich das... Oh, da steckt das Wasser ab. Oh. 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 Ist das nicht? Ist das nicht? Oh, ist er. Das ist er auch, ja. Gesyft. Wo lang? Oh, dann war es schnell. Ich schwimme. Und lass das schnell hochgehen. Ist ja jetzt sauber. Ich schwimme. Ist ja hoch, 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 hoch. Oh, er ist weg. Aber die Waffen sind gut aus. Besonders die Maschinenpistole. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ah. Na hör mal auf hier. Nicht die Leiter, Mensch. Schmisch. Fein. lass mich los ich muss da hoch Ruhe, Ruhe achso, wie immer, Ruhe ich kann nicht richtig springen wieso nicht oh, 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 das hat geklappt ja, ja ok, ich werde jetzt ja oh, achso, laden hoffentlich komme ich nicht auf diesen Kanälen raus er sieht mich nicht sehr gesund da unten aus hier Das war's für heute. Oh! 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 Oh, okay. Oh! 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 Ich mag diese Fläche überhaupt nicht. Steve, nein, ist nicht auch gut. Schade, dass man nicht anvisieren kann. Schade, dass man nicht anvisieren kann. Oh! 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 Oh. Oh! 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 Oh. Oh. Du bist nicht? Wir haben gesagt, dass du gekommen bist. Du hast hier in einem schlechten Zeit gekommen. Black Mesa East, Station 6. Du lest? Dr. Freeman ist auf seinem Weg nach dem Riefer. Lass ihm das Flugzeug und ihm die Hilfe du kannst. Gordon Freeman hat zurück. Es ist wichtig, dass er Black Mesa East erreicht. Wir müssen gehen jetzt. Wie geht es mit mir? Schade. Oh, so süß. Oh, wenn sie ihn nicht mein Gehirn fressen. Oh. Begeg, weg, weg, weg! Weg, 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 weg! Schade. Oh... Okay... Hey, whistling! Wack! Ich hab ne Waffe! Die werde ich auch in Gewalt einsetzen. Wenn möglich. Zum Glück ist das hier noch eine beste Waffe. Ich hab ne Waffe! 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 Ich hab ne Waffe!